Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 9. Dezember. Gut, wir beginnen dann wieder mit dem Tagesschart vom Vortag. Wir hatten am Vortag den Short-Bereich zwischen 13.300 und 13.350 Punkte, die Short-Long-Linie bei 13.360 Punkten und den Long-Bereich dann hochgezogen bei 13.140 bis 13.180 Punkte. Wir pennen aktuell hier im Bereich des 10er EMAs hin und her diese gelbe Linie und sind am Vortag bei 13.278 Punkten unter der Marke von 13.300 Punkten aus dem Handel gegangen. Vorwürstlich notieren wir aber wieder etwas höher im Bereich von 13.340 Punkten und damit über der Widerstandsmarke von 13.300 Punkten. Insofern dürfte heute dann eine erneute Angriffe erfolgen der Bullen auf den Bereich von 13.300, 13.350 Punkte. Können wir hier nach oben durchbrechen und den Bereich hier, die Short-Long-Linie bei 13.360 Punkte nach oben erobern. Dann wäre mit einem weiteren Anstieg bis 13.400 und möglicherweise dann 13.500 Punkte zu rechnen, wo sich noch ein offenes Gap befindet. Wir dürften also heute mit einem Gap-Up eröffnen in den heutigen Handel und der Short-Bereich befindet sich dann heute für den heutigen Mittwoch zwischen 13.360 und 13.400 Punkten. Die Short-Long-Linie bleibt unverändert bei 13.360, darüber wäre dann mit neuer Stärke zu rechnen und darunter dann eher mit weiterer Schwäche. Der Long-Bereich bleibt ebenfalls unverändert im Vergleich zum Vortag zwischen 13.140 und 13.180 Punkten, hier an der Unterstützung. Abschließend wirken wir noch einen Blick auf den Euro-Dollar-Chart. Der bewegt sich hier weiterhin in diesem steigenden Trendkanal. Wir haben hier eine ganz kurze Korrektur durchgeführt in den Vortagen, nachdem wir hier zuvor an der oberen Trendkanalbegrenzung bei 1.217 Dollar abgeprallt sind. Wir haben noch nicht einmal hier diesen 10er EMA erreicht, der in der Regel die Anlaufmarke bei einer Korrektur war und sind dann hier direkt aktuell wieder nach oben hochgezogen, notieren im frühen Handel bei 1.214 Dollar und könnten nun möglicherweise erneut hier diese obere Trendkanalbegrenzung anlaufen. Wir haben hier eine enorme Stärke vorliegen im Euro und das sollte eigentlich den DAX weiter belasten und einen Durchbruch im DAX über die zahlreichen Widerstände, die sich auf der Oberseite befinden, verhindern. Gut und damit wären wir dann auch schon wieder durch mit dem ING Markets Morning Call am heutigen Mittwoch. Ich melde mich dann am morgigen Donnerstag wieder mit dem ING Markets Morning Call und wünsche Ihnen dann für heute viel Erfolg im Handel.